Einen schönen guten Morgen vom Gardasee. Ich bin der Michael mit der Seelensprache. Schau, jetzt bist du irgendwo in einer meiner Gruppen drin. Telegram oder Whatsapp oder Facebook oder Instagram oder E-Mail-Verteiler. Warum? Ich war ganz normal, habe gearbeitet, war Reiseleiter, Skilehrer, war bei der Versicherung, habe alle mögliche Dinge gemacht und bin dann irgendwo auf den Heilerberuf gekommen, weil mein Opa das schon gemacht hat, sein halbes Leben. Und ich habe gemerkt, es steckt in mir Odin und irgendwann kommt es. Und dann habe ich angefangen mit verschiedenen Techniken, die ich vom Opa gelernt habe. Dann war Grabervoy dabei, dann war Quantenheilung von Richard Bartlett dabei. Und da waren viele verschiedene Techniken dabei. Und die haben mich dann irgendwann bei Gott beschwert und haben gesagt, du, es muss etwas Effizienteres geben. Wenn wir Kinder Gottes sind, es muss etwas Kraftvolleres, Mächtiges geben, das schneller und einfacher geht und tiefer geht und mehr bewirkt und mehr intuitiv geht. Nicht immer nur irgendwelche Listen abhaken und irgendwelchen Regeln folgen. Und es war so eine richtige Beschwerde. Und dann kam ein Monat später die Seelensprache in mein Leben. Und mit dem habe ich dann die Wunde erlebt, wo ich gespürt habe, dass es solche Wunder geben muss, nur hat es sich halt einfach nicht bewirken konnte. Und darum bist du jetzt in meiner Gruppe. Und aus irgendeiner Gruppe ist ja da gelandet. Jetzt siehst du, wie du sagst, von mir irgendwelche Postings, Videos und so. Und erschreckend wenige von euch können sich dazu bewegen, mit mir einmal Kontakt aufnehmen, und können sich bewegen, einmal von mir Videos anzuschauen und können sich bewegen dazu, einmal ein Seminar zu machen, so wie ich das gemacht habe. Ich habe gesagt, ich kapiere das überhaupt nicht, um was da geht auf dieser Webseite. Ich habe nur Gänsehaut und merke, das macht was mit mir. Und aufgrund von dem bin ich zum Seminar damals 2010 in Lochau bei Bregenz. Und das biete ich dir an, bitte, wenn du irgendwie in Resonanz gehst, dann kauf was von mir. Kauf ein Video, kauf einen Videokurs oder komm jetzt auf das Wochenendseminar. Jetzt ist jetzt eins, dann ist dann im Herbst eins, dann sind irgendwelche Lives. Ich sage jetzt keine Datum, dann kann ich das Video nächstes Jahr noch verwenden. Es sind immer wieder Kurse auf Deutsch oder auf Englisch, online oder live. Aber komm, es ist mit der Seelensprache so unfassbar viel möglich. Ich bin bis jetzt immer noch nicht erleuchtet, ja. Und ich muss immer noch arbeiten, es kommt noch kein Geld, das vom Himmel runterfällt in Millionen. Nur, es sind Dinge, die lassen sich mit Seelensprache einfach lösen und sonst nicht. Und das Thema Licht und Erleuchtung, das kommt unfassbar viel Licht dadurch, wenn ich einfach Seelensprache spreche. Zum Beispiel, Joy kommt ganz viel raus, Joy ist die Freude und schlussendlich geht es um die Freude. Und wir haben halt alle Sackvielzeugs im Weg. Zorn, Ärger, Frust, Trauer, Schuld, Scham, schlechtes Gewissen. Aus diesem Leben und das frühen Leben verflungen. Schwarzmagie, Zauberei oder das ganze Impfzeugs und das ganze Testzeugs, die ganze Hightechzeugs, was da in Menschen reingemacht wurde oder durch Schädling in dich reinkommt. Vollkommen irre. Und da gibt es noch die Teufelsgeschichten und alles. Da gibt es so viel, was halt dein Licht verdeckt. Das ist das Faktum. Und alle, die zu mir kommen, die ist halt das. Und jeder Therapeut, der irgendwas an dir macht, macht nur Dunkelheit von dir weg, damit dein Licht rauskommt. Egal mit welcher Methode. Und ich verwende halt die Seelensprache und das kann man halt kombinieren mit allem anderen, egal was. Ist es Schamanismus, ist es Strömen, ist es Geistheilung, ist es Reiki, keine Ahnung, ist völlig wurscht. Das kommt automatisch dazu. Und das biete ich dir halt an. Also bitte, bitte mach doch endlich, ja. Ich habe jetzt gleich wieder ein Seminar und so wenig Leute kommen. Das ist unfassbar, dass jeder tausend Ausreden hat. Ja, ich habe noch und ich muss noch und meine Mama und dort. Und ich weiß gerade nicht und das Geld geht vielleicht gerade nicht und so und so. Und es ist aber, es ist die Möglichkeit, wo du etwas anwenden kannst. Und ich biete das einfach an. Ich sitze gerade am Gardersee, gerade morgen früh, halb acht. Sonne scheint zu Hause, schüttert es wie eine Drecksau und Sturm hat es in Österreich und Deutschland ganz irre. Und unten scheint die Sonne. Und ja, die Seelensprache bietet mir ein besseres Leben und hat schon vielen Menschen ein besseres Leben ermöglicht. Viele Dinge sind dadurch bereinigt worden, die mit ihrer 40-jährigen Energiearbeit nicht bereinigt wurden, aber mit Seelensprache dann. Somit freue ich mich, wenn du den Nutzen da erkennst. Und michael-könig-breus.com ist die Webseite, da ist alles zu finden. Du musst dir ein bisschen Zeit mitnehmen, das ist ein Haufen Zeugs oben. Schau das an, lies, schau dir Videos an und dann gib dir einen Schub so und mach, mach. Nur vom Tun ändert sich was, vom drüber nachdenken ändert sich leider wenig. Ich wünsche dir alles, alles Gute, liebe Grüße, einen schönen guten Morgen, wünsche ich dir, wo auch immer du bist.